Und schon wieder ist eine Woche rum. Das heißt, es gibt wieder einen neuen Film von mir. Diese Woche geht es mal wieder um Bahnhöfe. Aber nicht die großen Hauptbahnhöfe, sondern die kleinen Dorfbahnhöfe auf dem Land. Der Grund für dieses Thema ist natürlich die gute Darstellbarkeit der Landbahnhöfe auf der Modellbahn. Diesmal werden ein paar Bahnhöfe behandelt, die in den früheren Epochen nicht nennenswert anders ausgesehen haben als heute. Mit anderen Worten, es sind Bahnhöfe, an denen jahrzehntelang nichts gemacht wurde. Entsprechend Röge ist stellenweise das Bild, das sie bieten. Aber gerade dieses altbackene, etwas heruntergekommene Erscheinungsbild ist ja genau das, was viele Modellbahner suchen. Hier im Bild ist gerade das ehemalige Empfangsgebäude des Bahnhofs Nidau-Eichen zu sehen. Fotografiert wurde es vom neuen Bahnsteig des heutigen Haltepunkt Nidau-Eichens. Aber zu ertüchtigten Landbahnhöfen wird es einen eigenen Film geben. Da wird dann gezeigt, wie Bahnhöfe auf dem Land, beziehungsweise eher ehemalige Bahnhöfe auf dem Land, heute aussehen. Doch kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Wegen der vielen Nachfragen habe ich mich jetzt entschlossen, meine Modellbahnplanungen auch professionell anzubieten. Von der Planung einer kompletten Multideckanlage bis hin zum kleinen Firmenanschluss ist eigentlich alles möglich. Die Kontaktmöglichkeiten zu Thorstens MOBA-Planungsdienst sind unten rechts in gelb hervorgehoben. Die genaueren Details folgen in den nächsten Wochen, aber wer will, kann jetzt schon Kontakt zu mir aufnehmen. Aber nun wieder zurück zum gewohnten Ritual. Gleich zu Anfang des Filmes der Hinweis, über Likes und Kommentare freue ich mich ebenso wie über ein Abo. Wer nach dem Abonnieren das Glöckchen klickt, wird über neue Filme von mir automatisch informiert. Nach dem Intro geht's los. Was macht eigentlich so einen typischen Landbahnhof aus? Vor allem sind das recht kleine und kompakte Anlagen, die ziemlich gut für die Modellbahn geeignet sind. Eigentlich alle Landbahnhöfe hatten ein Freiladegleis und eine Kopf- und Seitenrampe. Bei vielen Landbahnhöfen kamen auch noch ein oder zwei Anschlussgleise hinzu. Das waren beispielsweise Raiffeisenlagerhäuser oder auch lokale Betriebe, die einen eigenen Gleisanschluss brauchten. Hier im Bild sehen wir ganz links das ehemalige BW des Bahnhofs Nidar. Rechts neben der ehemaligen Lokleitung ist ein Abstellgleis. Weiter rechts daneben ist das Streckengleis der Lahn-Kinzig-Bahn. Und ganz rechts ist der Anschluss eines örtlichen Unternehmens. War der Bahnhof nicht nur auf dem Land, sondern auch noch Ende eines Streckenarms, dann kamen oft noch eine Lokstation und ein Abstellgleis für den abends letzten bzw. morgens ersten Zug hinzu. Im eben gesehenen Bild aus Nidar durfte das die Funktion des Abstellgleises neben der Lokleitung gewesen sein. Weitere Merkmale von Landbahnhöfen sind oft Schüttbahnsteige, ebenen gleiche Gleisübergänge und moderne Technik. Naja, also zur Bauzeit moderne Technik. Aber auch moderne Technik der Gegenwart kann hier zu sehen sein. Welche Veränderungen der letzten Jahrzehnte sind eigentlich typisch für Landbahnhöfe? Da sich Teil 6 dieser Videoserie genau mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, gucken wir uns in diesem Film ein paar reale Landbahnhöfe an. Nicht alle Veränderungen fanden ja immer an allen Bahnhöfen statt. Von daher ist es ganz gut, sich mal ein paar praktische Beispiele anzugucken. Wie im letzten Film begeben wir uns wieder in die Wetterau. Es ist sogar exakt der gleiche Bereich der Wetterau. Das Kohlebähnchen ist diesmal grau dargestellt, weil es nicht ganz im Zentrum der Betrachtung steht. Ansonsten ist das im Prinzip dieselbe Karte wie in Teil 30. Nur sind diesmal die normalspurigen Gleise der Region in schwarz eingezeichnet. Die gestrichelte Linie oben rechts in der Ecke ist die in den 1960ern abgebaute Bahnlinie von Nidda nach Schotten. Ebenfalls durch Nidda läuft die Bahnstrecke von Gießen nach Gehenhausen. Und dann gibt es dann noch die Verbindung von Nidda über Beinenheim nach Friedberg. Und ansonsten gibt es von Beinenheim aus noch eine Verbindung nach Wölfersheim-Södel. Die Strecke führte früher noch weiter bis nach Hungen und traf damit der Lahn-Kinzig-Bahn zusammen. Aber das ist wohl jetzt nur noch ein Anschlussgleis. Aufmerksame Zuschauer meiner Videoserie werden sich jetzt fragen, Nidda, war da nicht mal was? Hat er da nicht mal eine Anlage vorgestellt? Genau, das habe ich. Und zwar in Teil 8. Der betreffende Film ist in der Infokarte oben rechts und in der Videobeschreibung verlinkt. In Teil 8 dieser Videoserie wurde diese Anlage ausführlich vorgestellt. Es ist direkt das erste Thema in diesem Film. Wer näheres zu der Anlage bzw. zu dem Anlagenkonzept wissen will, der sollte sich also den Film angucken. Aber jetzt gehen wir mal nach Beinenheim und gucken uns den Bahnhof näher an. Der kleine Trennungsbahnhof in Beinenheim scheint völlig aus der Zeit gefallen zu sein. Zumindest in Epoche 6 ist die Kombination von Schüttbahnsteigen, Spannwerken, Telegrafenmasten und ebenerdigen Gleisübergängen recht selten. Würde man den Bahnhof beispielsweise exakt in 1 zu 87 anlegen, wäre er zwar auch rund 5 Meter lang, aber man kann den Bahnhof ja auch durchaus ein bisschen kürzen. Insgesamt ist das jedenfalls ein schöner kleiner Bahnhof, auf dem man jede Menge Betrieb machen kann. Gegen 14 Uhr spielte sich damals folgendes Szenario ab. Aus Rülfersheim-Södel, im Plan rechts oben, kommt ein Zug und hält am Hausbahnsteig in Beinenheim. Kurz danach nähert sich eine GTW 2 Sechstel-Doppeleinheit aus Richtung Friedberg. Sie hält vor dem Ebenen den gleichen Gleisübergang und lässt die Passagiere aussteigen. Aus allen Zügen küllt eine schier unglaubliche Menge an Menschen mit bunten Taschen auf dem Rücken. Um optisch zu verdeutlichen, dass beide GTW 2 Sechstel-Einheiten getrennt wurden, habe ich den vorderen Zug etwas vorrücken lassen. Das passiert natürlich nicht, während die Gleise und die Bahnsteige Richtung Empfangsgebäude voll mit Schülern sind. Was aber während dieser Zeit durchaus passiert, ist, dass ein GTW 2 Sechstel aus Richtung Nieder Richtung Friedberg durch den Bahnhof Beinenheim fährt. Nach der logischerweise recht langsamen Durchfahrt des GTW 2 Sechstel in Richtung Friedberg kommt es zum nächsten Akt dieses Schauspiels. Der vordere GTW 2 Sechstel der getrennten Doppeleinheit fährt Richtung Nieder. Sehr kurze Zeit danach setzt sich der ehemals hintere GTW 2 Sechstel in Richtung Rülfersheim-Södel in Bewegung. Durchaus eine merkliche Zeit später setzt sich der letzte verbliebene GTW 2 Sechstel in Richtung Friedberg in Bewegung. Wenn auch er den Bahnhof Beinenheim verlassen hat, dann kennt er erstmal wieder ein wenig Ruhe ein. Aber die Ruhephase ist nicht allzu lang. Auch Berufspendler benutzen den Bahnhof Beinenheim, um nach Friedberg zu kommen. Dort können sie nämlich in einer S-Bahn nach Frankfurt-Main umsteigen. Nach Feierabend geht das ganze Spielchen natürlich in die andere Richtung. Was heute GTW 2 Sechstel sind, waren früher natürlich Schienenbusse, entweder VT95 oder VT98. Bei der Bedeutung dieses ländlichen Bahnknotens wundert es natürlich, dass er sich dieses nostalgische Aussehen so lange Zeit bewahren konnte. Aber bis 2022 soll der Bahnhof überholt werden. Nebenbahnfreunde, die zufälligerweise in der Wetterhaus sind, könnten sich jedenfalls überlegen, den Bahnhof Beinenheim mal zu besuchen. Und hier nochmal ein paar Appetithäppchen vom Bahnhof Beinenheim. Die Ortsgüteranlage hat sicher schon bessere Zeiten gesehen, aber immerhin gibt es sie noch. Ob sie allerdings noch in Betrieb ist, weiß ich nicht. Auch Spannwerke, Flügelsignale und Telegrafenmasten in der rechten Bildhälfte sind durchaus beachtenswert. Was mich allerdings wirklich amüsiert, ist der markierte Bahnsteigbereich. Aber wenigstens wurde auf das Warnschild für schnelle Durchfahrten verzichtet. Aber abgesehen von den silbernen Pückeln auf dem Bahnsteig und den parkenden Autos in der Umgebung, hat dieser Bahnhof wirklich noch das Flair der 70er und 80er Jahre. Bis auf wenige Details sind die vergangenen Jahrzehnte wirklich spurlos an ihm vorbeigegangen. Für mich war es jedenfalls ein Glücksfall, diesen Bahnhof mal besucht zu haben. Aber kommen wir nochmal zu besagtem Warnschild zurück, das vor schnellen Durchfahrten warnen soll. Das ist ja heute an vielen Bahnhöfen wirklich mehr als angebracht. Letztendlich dürfen Züge mit unverminderter Geschwindigkeit durch Bahnhöfe hindurch fahren. Die daraus resultierende Sogwirkung gerade von Zügen mit zerklüfteter Oberfläche ist schon beträchtlich. Trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass dieses Schild inflationär eingesetzt wird und an manchen Stellen wirklich lächerlich wirkt. Nun gut, klar, der Kenner wird es sofort erkannt haben, es handelt sich hier um eine Hauptstrecke und da kann natürlich schnell gefahren werden. Könnte. Wenn nicht sowieso alle ankommenden Züge hier anhalten würden. Genau genommen scheinen die GTW 2 Sechstel der hessischen Landesbahn die einzigen Fahrzeuge zu sein, die hier überhaupt verkehren. Erschwerend kommt hinzu. Der Bahnhof Mittelgründau liegt in einer Kurve. Da wird die Geschwindigkeit sowieso üblicherweise etwas verringert. Aber wenn wir sowieso schon mal hier sind, dann gucken wir uns gerade nochmal ein paar Bilder von dem Bahnhof Mittelgründau an. Tja, was soll man sagen, das Wichtigste ist aktualisiert, das DB-Logo. Und offenbar hatte der Güterschuppen auf der rechten Seite noch einen Anbau erhalten. Insgesamt ist dieser skurril anmutende Bahnhof ein Mix aus verschiedenen Epochen. Einerseits sind da Spannwerke und Flügelsignale und andererseits sind da die üblichen Sicherungsmaßnahmen der Gegenwart. Interessant ist vielleicht auch noch, dass die Flügelsignale nicht mehr gestellt werden. Die beiden Signale am Gleis des Hausbahnsteigs sind immer auf Durchfahrt gestellt, die beiden anderen Signale sind immer auf Halt gestellt. Mit den beiden Signalen ist natürlich je ein Signal je Fahrtrichtung gemeint. Aus der Sicht eines Modellbahners ist dieser Bahnhof für mich interessant, weil er einerseits sehr klein und kompakt ist und andererseits gebogen verläuft. Natürlich ist es sinnvoll, die größtmöglichen Radien zu verwenden. Andererseits, wenn da sowieso keine langen Reisezugwagen entlang fahren, dann ist es auch nicht wirklich notwendig, riesige Radien zu verwenden. Ein Endbahnhof auf dem Land von modellbahning.de Hier ist ein schöner kleiner Endbahnhof auf dem Land, der auf einer sehr kompakten Grundfläche alles mitbringt, was ein Endbahnhof braucht. Auf der Webseite modellbahning.de befindet sich eine sehr detaillierte Beschreibung der ganzen Möglichkeiten, die dieser Bahnhof bietet. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Besonders gut gefällt mir die kleine Lokstation, denn ein richtiges BW wäre an dieser Stelle wirklich übertrieben. So, das war's wieder mal für heute. Was darf's denn sonst noch sein? Aber bitte bleibt realistisch, das Thema muss innerhalb einer Woche inhaltlich bearbeitbar sein und es muss auf einer Modellbahn darstellbar sein. Und nicht vergessen, bitte bewerten, abonnieren, Glöckchen anklicken, meine anderen Videos und die Videobeschreibung beachten.